Die Bundesliga hat ihr Derby zurück und das zum ersten Mal seit 2019 wieder vor ausverkauften Haus. Schalkes Trainer Frank Kramer setzte auf dieselbe Startelf wie gegen den VfL Bochum zum ersten Mal in dieser Spielzeit, dass der Trainer nicht wechselte. Die Hausherren waren wie zu erwarten von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, ohne sich aber zunächst nennenswerte Chancen zu erarbeiten, weil die Königsblauen konzentriert und konsequent verteidigten, wie hier zum Beispiel Tom Kraus gegen Bellingham. Die erste Königsblaue Szene dann nach knapp 20 Minuten. Der Anfangsdruck des Gegners hatte etwas nachgelassen und plötzlich startet Jordan Larsen in die Lücke und wird von Alexander Meyer gestoppt. Aber jegliche Diskussion über diese Szene war überflüssig, weil Larsson beim Pass von Tom Kraus einen halben Schritt im Abseitsstand. Es war ein Derby, das von seinem Kampf lebte. Pech dabei für Marco Reus, der nach diesem Zweikampf verletzungsbedingt ausscheiden musste. Reyna kam für ihn ins Spiel. Nach der Auswechslung bekam die Partie neuen Schwung. Mal mit der Flanke. Und dann ist Bellingham mit viel Platz, aber Schwolo ist zur Stelle und verhindert den Einschlag. Die bislang beste Chance im Spiel. Dann war Halbzeit. Die Hausherren kamen wie Schalke unverändert aus der Pause, aber auch besser. Keine Minute war gespielt, als Mahnen sich den Ball schnappt. Setzt sich gut durch. Aber wieder ist Schwolo zur Stelle. Verhindert den Rückstand. Die nächste Szene leider auf der falschen Seite. Julian Brandt Zweikampfsieger gegen Henning Matriciani und Reyna am zweiten Pfosten. Aber Tobi Mohr in letzter Sekunde mit dem Kopf dazwischen. Schalke im Anschluss vielleicht mit seiner offensiv besten Phase. Über Tom Kraus und Domme Drechsler findet der Ball Marius Bülter, der mit dem Pass in die Mitte und in der Mitte Kenan Karaman. Doch Stotterbeck steht in der Schussbahn. Karaman war genauso wie Polter für Larsson und Terodde eingewechselt worden. Die Torszenen häuften sich nun. Meunier mit dem Pass aus dem Fußgelenk auf Moukoko, der alleine vor Schwolo und Schwolo wieder zur Stelle. Aber wer so viele Chancen hat, der wird leider hin und wieder auch belohnt. Wolf wird auf der linken Seite angespielt, hat die Zeit und den Raum, um sich den Ball zurechtzulegen und zum Flanken. Und dann ist Moukoko da mit dem 1 zu 0 für die Falschen. Kein Abseits von Wolf, der wird nicht konsequent genug gestellt. Und dann kann auch Alexander Schwolo, der mit Tom Kraus zusammen der beste Schalker war, nichts mehr machen. Schalke 04 verliert also das Derby nach dem Wiederaufstieg. Aber die Fans hatten ein feines Gespür für den kämpferisch guten Einsatz gegen den Champions-League-Teilnehmer und bauten das Team direkt wieder auf. Ja Tom, eine bittere Niederlage heute im Derby. Wie würdest du die Partie zusammenfassen? Ich finde, wir haben 80 Minuten sehr gut verteidigt. Haben wir leider in der einen Situation nicht gut aufgepasst, muss man so ehrlicherweise sagen. Ja, und das ärgert uns extrem, weil wir unbedingt hier was mitnehmen wollten. Und deswegen ärgert es mich umso mehr jetzt, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben hier 90 Minuten, glaube ich, sehr gut gekämpft, sehr gut dagegen gehalten, mit viel Leidenschaft. Haben uns auch natürlich die Fans sehr, sehr gut unterstützt. Und jetzt auch nach dem Spiel zeigt man, glaube ich, dass sie mit der Leistung leben können. Natürlich, das tut dann enorm weh, dann auch noch so spät den Führungstreffer, den Gegentreffer hinzunehmen. Ja, und das tut einfach weh jetzt. War das ein Ausdruck eurer Mentalität mit dem Kampf und mit der Leidenschaft, mit der ihr hier auf den Platz gegangen seid? Ja, natürlich. Das mussten wir auch auf den Platz bringen, um hier mithalten zu können, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen. Aber uns ärgert es einfach, dass wir das nicht 90 Minuten gemacht haben. Wir wissen, nach vorne muss mehr gehen. Da haben wir nicht so viele Situationen gehabt. Wir haben auf einen Moment gewartet. Der kam leider nicht. Aber ja, uns kotzt es einfach auch an, dass wir in dem einen Moment nicht aufgepasst haben. Mit welcher Einstellung seid ihr heute in die Partie gegangen? Ja, wir sind natürlich mit der Einstellung reingegangen, dass es hier ein besonderes Spiel ist. Das Revierderby, das spielt man ja nicht so oft. Oder ja, es ist nicht der Regelfall, dass man das spielt. Und sehr emotionale Spiel. Die Fans haben uns nach vorne gepusht und wir wollten einfach alles reinhauen. Ich denke, das haben wir auch über 90 Minuten gemacht und dann leider hat es dann nicht gereicht. Es war für euch alle das erste Derby auf dem Platz. Wie hast du es empfunden? Ja, man merkte, das ist das größte Derby auf der Welt, wie ich sage. Und deswegen war es für mich ein riesen Ansporn. Man war nicht mit einem glücklichen Ende. Und deswegen war es für mich kein schönes Derby. Es war eine Erfahrung wert. Aber ich will im Rückspiel, weil ich das Spiel gewinnen. Wie war es für dich, auf dem Platz zu stehen? Ja, auch etwas sehr, sehr Besonderes bei so einem Spiel zu spielen. Wie gesagt, das macht man nicht jeden Tag. Und bei so einer Atmosphäre hier zu spielen, 90 Minuten, das ist natürlich für mich persönlich sehr, sehr schön. Heute haben wir gegen eine europäische Top-Mannschaft gespielt. Am nächsten Spieltag geht es dann schon gegen Augsburg, dazwischen Länderspielpause. Was muss jetzt in den nächsten zwei Wochen passieren, um uns neu zu fokussieren? Ja, wir müssen jetzt einfach das auch schauen, was wir nicht so gut gemacht haben. Vor allem im offensiven Bereich müssen wir uns noch viel mehr Situationen her spielen. Dafür haben wir jetzt zwei Wochen Zeit dann gegen Augsburg. Augsburg hat jetzt auch gegen Bayern gewonnen und deswegen müssen wir uns in den zwei Wochen von Stück zu Stück weiter erarbeiten, was wir besser machen können und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel gegen Augsburg auch gewinnen werden. Heute und morgen ist man da natürlich noch bedrückt und dann würde ich sagen, ab nächster Woche richten wir unseren Blick auf Augsburg. Was heute vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, waren diese Nadelstiche nach vorne, umschalten, dass wir daran dann vielleicht arbeiten, dass wir dann gegen Augsburg auch gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor haben.